Schönen guten Tag liebe Trader und Investoren, sehr geehrte Damen und Herren, alle Freunde auf TradingView und YouTube ebenfalls recht herzlich willkommen geheißen von mir, Thomas Janssen, eurem InvestorGuard. Herzlich willkommen zu einer taktischen Stellungnahme zum Bitcoin. Wir sind ja momentan in einem etwas gefährlichen Fahrwasser unterwegs, wie ihr auch den letzten Updates von mir im FreeSpace schon entnehmen konntet. Da ging es immer wieder um die Frage Karma Low Tracker im Tageschart, den ich als sehr, sehr signifikante Unterstützung benannt hatte. Ja, also diese beiden Glättungslinien, die stehen unter Druck und genau das möchten wir uns jetzt anschauen. Also ihr seht hier schon die Überschrift Bitcoin eine Etage runter. Fragezeichen, das Ganze schauen wir uns dann jetzt auch mal an. Ja, wir haben es Dienstag, den 9. Mai, die Zeit 16.30 Uhr. Okay, starten wir mal rein in die taktische Analyse. Ja, so, dann gucken wir uns den Markt hier mal an. Ich habe hier ein Basissetup vorbereitet mit entsprechenden Trendlinien. Ich hatte das ja auch schon zuletzt kommentiert, was passiert war im Tageschart. Ja, wir sehen das hier relativ gut. Der Markt hat negative Divergenzen gebildet, nicht nur eine, sondern direkt mal zwei Stück. Also wir hatten hier eine multiple negative Entwicklung an diesem Hochpunkt. Das sind potenzielle Belastungsfaktoren und ja, manchmal muss der Markt dann diesen Belastungsfaktoren halt eben auch Tribut zollen. Okay, gucken wir uns das Ganze dann jetzt einmal in der TMMA, in der technischen Multimethoden-Analyse ein bisschen genauer an. Ja, wir gehen jetzt hier mal in das Hauptupdate. Gut, also wir haben hier das Trendguard Advanced Quant Screening. Ja, hier geht es um die zusätzlichen Spezialindikatoren, die in unserer Trendguard Suite zum Einsatz kommen und wir sehen, dass wir hier teilweise schon eine sehr, sehr starke Abkühlung gesehen haben. Das betrifft allerdings nur die ganz, ganz kurzfristigen Intraday-Zeitebenen, hier zum Beispiel den Stundenchart. Wenn wir uns mal durch die verschiedenen Zeitebenen durcharbeiten, dann sehen wir, dass hier immer noch Druck vorhanden ist. Wir sehen, dass hier zum Beispiel im 2-Stunden-Chart. Powerboost ist hier aktiv und das ist auch ein Powerboost, der mit relativ ordentlich Schwung läuft. Das gleiche im 4-Stunden-Chart. Auch hier haben wir einen Powerboost, der aktiv ist. Powerboost bedeutet, wir haben anziehenden, sich verstärkenden Verkaufsdruck. Der Markt steht also hier definitiv in einer Drucksituation. Ja, und diese Drucksituation abzufangen, wird jetzt kein leichtes Unterfangen, denn wir sehen schon einen Drucktransfer. Also nicht nur im 2-Stunden-Chart oder im 4-Stunden-Chart, sondern auch auf den höheren Zeitebenen. Ja, ihr seht das hier zum Beispiel im 8-Stunden-Chart. Da ist schon ein gewisser Schaden entstanden. Ja, wir sind auch hier unter Karma-Low-Tracker gerutscht, das gleiche im 12-Stunden-Chart. Ja, also hier ist schon Obacht von Nöten, um das mal so auszudrücken. Ja, denn finalement, auch im Tageschart, haben wir hier gestern einen veritablen Bruch gesehen. Und dieser zweite Bruch, der ist besonders, ja, wie soll ich sagen, der ist besonders prekär, weil wir immer wieder das gleiche Muster feststellen. Ja, der Markt geht hoch, markiert einen Top, schmiert dann ab, unter Karma-Low-Tracker, das hier ist die erste Abwärtsbewegung unter diese beiden Glättungslinien, dann geht es wieder hoch. Juchu, war doch alles halb so wild, schreien die Bullen dann, jetzt geht es wieder hoch. Ja, und dann kippt der Markt ein zweites Mal ab. Das ist genau das, was wir jetzt sehen. Und diese, dieses zweite Mal abkippen, kann dann in der Folge zu einer Enttäuschungsbewegung führen. Ja, zu einer Enttäuschungsbewegung, die uns dann noch einmal ein gutes Stück nach unten bringen kann, vielleicht hier in diese Dyna-Zone in Richtung 24.500. Ja, also hier oben zu kontern, aber kein neues Top zu erzielen, ist immer nachteilig, weil dann kann eine Enttäuschungsbewegung reinkommen. Wir haben das hier beispielsweise auch schon gesehen. Der Markt geht runter, kann mit Ach und Krach Karma und Low-Tracker verteidigen. Und beim zweiten Durchstechen, da kommt die Enttäuschung rein und der Markt sackt durch. Und ähnliches erwarte ich im Grunde hier jetzt auch. Also es ist eine schwierige Situation. Nicht nur die Intraday-Zeitebenen, sondern auch die Tagesbasis trübt sich hier relativ ordentlich ein. Von daher meine ganz klare Empfehlung an euch, vorsichtig sein. Ja, vorsichtig sein. Wir haben hier auch relevante Tiefpunkte. Die gucken wir uns gleich auch mal an. In der Elite Wave-Analyse, in der Bestandsaufnahme. Was bedeutet dieses Tief hier? Bei 26.981 US-Dollar. Okay, also Fazit, was die Indikatoren betrifft. Da ist Druck auf dem Baum und dieser Druck, der könnte hier zu weiter fallenden Kursen führen. Als Ziele sehe ich hier unten 25.000 als durchaus gerechtfertigt. Ja, als ein mögliches Ziel. Vielleicht hier 26.4, 25.8. Das kann ich mir vorstellen, dass wir so etwas auch mal schnell sehen. Ja, also das muss nicht ewig um drei Tage auf sich warten lassen. Okay, bleiben wir vielleicht noch ein bisschen bei den Indikatoren. Ja, wir schauen jetzt mal auf die Volumen-Analyse. Ja, und ich hatte auch in meinem letzten Video hier schon ganz klar gesagt, dass wir eine sehr, sehr wichtige Unterstützung-Area haben, beziehungsweise eine Trigger-Area, die hier zwischen 28.000 und 27.500 US-Dollar liegt. So, die ist hier verteidigt worden. Sehr schön. Auch hier Rücksetzer verteidigt worden. Ja. Also wir haben hier zweimal wirklich gute Schübe gesehen. Im Grunde dreimal. Einmal, zweimal, dreimal. Der Pferdefuß bei der ganzen Geschichte ist allerdings, dass wir hier oben nicht über diesen ehemaligen Point of Control bei 30.000 gelaufen sind. Ja, demnach ist hier oben dieser, ich sag mal, leichte Widerstand sogar noch verfestigt worden. Ja, also die Unfähigkeit, hier oben den Breakout zu machen, führt jetzt hier zu Druck. Im Klartext, wenn wir diese Trigger-Zone zwischen 28.000 und 27.500 nicht halten, laufen wir hier in eine volumenarme Zone. Ja, und diese volumenarme Zone, die kann dann relativ schnell nach unten durchgehandelt werden. Ja, genauso wie es hier hochgeht, ratzfatz, da kann sich kein Volumen bilden. Genauso schnell kann das hier in einer Bewegung runtergehen. Ja, und das sind dann immerhin so, ich sag mal so, gute 7 bis 10 Prozent, ja, die der Markt hier wirklich abschmieren kann. Also deswegen kann ich da meinen Hinweis nur nochmal bekräftigen. Vorsicht auf dem aktuellen Niveau. Ja, wenn das hier reißt, haben wir Druck auf der Unterseite. Ja, das gilt es momentan zu beachten. Okay, also soweit mal zu den, zu meiner Sicht im Volumenchart. Jetzt gehen wir hier mal weiter auf Linien und Kanäle, ehe wir dann am Ende nochmal kurz auf die Fibonacci und Elliott Wave Situation gucken. So, wir haben jetzt hier Linien und Kanäle und der Markt hat sich hier oben, naja, ich sag mal so ein bisschen abgearbeitet. Ja, er hat sich abgearbeitet hier an dieser äußerst wichtigen Linie. Ja, also das hier ist eine sehr, sehr wichtige Linie. Ich schraffiere die hier mal gerade so ein bisschen. Ja, diese Linie verteidigt, verteidigt, verteidigt. Unten drunter, wieder hoch, unten drunter, wieder hoch. Jetzt sind wir hier unten drunter gelaufen, ja, unter diese Linie hier oben, TRI 2, 29.000. So, diese Linie ist die Oberkante eines Kanals, ja, eines Long-Kanals. Ja, und dieser Kanal, der läuft seit Ende Dezember, ja, ich möchte das hier unten mal gerade ins Bild holen. Also hier unten haben wir die Unterkante des Kanals und diese Linie, die ich gerade schraffiert habe, das ist die Oberkante des Kanals, ja. Und es ist nun davon auszugehen, da der Markt von oben kommend wieder in diesen Kanal hineingerutscht ist, dass er jetzt auch hier, ich sag mal, zu den Kanal Retracements nach unten durchzieht. Und deswegen auch hier der Hinweis über Linien und Kanäle, der Markt hat hier durchaus die Möglichkeit, mal schnell in Richtung 25,8 nach unten zu gehen. Ja, und dann wird es spannend. Das ist ein immens wichtiger Haltebereich für den Bitcoin, denn unten drunter könnte der Markt unter Druck geraten, stärker unter Druck geraten, und dann auch hier in Richtung 2.000, 23.000 mal durchsacken. Ja, das können wir momentan nicht ausschließen. Von daher auch hier mein Fazit für Linien und Kanäle, zunächst einmal vorsichtig sein. Was könnte die Bullen reanimieren? Schauen wir mal ganz kurz, wo würden die Bullen wieder ein bisschen stärker werden? Lasst mich hier ganz kurz diese Schraffierungen rausnehmen. Ja, ganz klar, man sieht es hier relativ deutlich im Chart. Wir haben hier einen massiven, ein massives Widerstandsbündel, kurzfristige Aufwärtslinie gebrochen, ja, kurzfristige Abwärtslinie ebenfalls gebrochen. Ja, das war hier Teil eines Dreiecks. Ja, der Markt hat hier oben ein-, zweimal Fehlausbrüche produziert. Ja, von daher sind diese Linien hier sehr, sehr wichtig. Und mitten drin liegt halt unsere Oberkante vom Kanal, TI2. Also das hier ist die Make-or-Break-Area, um die es geht. Ja, Make-or-Break. So, sorry. So, MOB, Make-or-Break, da müssen wir drüber. Ja, da gibt es keine zwei Meinungen. Hier muss der Markt durch. Wenn er hier weiter scheitert, also solche Sachen sind gefährlich. Ja, er muss hier oben drüber retest positiv, um dann weiter anzugreifen. Ja, am besten sofort neue Tops machen. Nur dann kommen die Bullen hier kurzfristig wieder zurück ins Spiel. Ja. Okay, Freunde. Also, wir haben jetzt die Indikatoren uns angeguckt. Wir halten fest bei den Indikatoren. Powerboost Short ist vorhanden. Wir haben Karma Low Tracker verloren im Tageschart. Da könnte Enttäuschung reinkommen. Wir haben beim Volumen einen sehr, sehr wichtigen Bereich zwischen 28 und 27.500 US-Dollar. Und wir haben hier den Bruch signifikanter kurzfristiger Linien. Ja, also in Summe ist der Markt hier zumindest mal vom Fokus her nach unten ausgerichtet. Ja, wichtig ist natürlich hier dieser Punkt. Ja, dieser Punkt HSI 1 bei 26.981 US-Dollar. Der ist auch im Rahmen der Elliott Wave sehr, sehr wichtig. Ja, und die Elliott Wave, die gucken wir uns jetzt hier mal ganz kurz an. Ja, also das hier sind die Eckpunkte, die wir momentan haben. Ja, wir haben hier eine Abwärtssequenz gesehen, die hier unten hingeführt hat, wie gesagt, auf die 26.981 US-Dollar. Ja, gucken wir uns das Ganze mal schnell an. Ja, dann haben wir eine Aufwärtsbewegung gesehen, die ich momentan als korrektive Aufwärtsbewegung hier einordne. Und von daher sollte der Markt hier durchaus schon auf dem Weg in Richtung Bruch von der 26.981 sein. Also ganz konkret erwarte ich hier für den Moment eine mindestens dreiteilige Abwärtsbewegung. Ja, so kann ich mir das Ganze hier vorstellen. Ja, wir werden jetzt nochmal gerade herleiten, bis wo diese Abwärtsbewegung denn führen kann. Ich messe jetzt nur mal von oben nach unten, ja, über das Fibonacci Extension Level. Ja, da habe ich hier meine entsprechende Vorlage, ABC Extension, um mal die ersten Levels zu sehen. Ja, und hier nehme ich dann das Verkürzungslevel mal raus, das Trunkation Level. Und dann komme ich hier unten auf einen ersten potenziellen Zielbereich zwischen 26.000 und 25.000 US-Dollar. Ja, also das ist die aktuelle Haltung, die ich in der Fibonacci und Elliott Wave Analyse habe. Ich gehe davon aus, per Stand der aktuellen Analyse und bei alledem, was wir momentan so sehen an Indikatoren etc., Power Boost Short, dass dieses Tief hier nicht hält, ja, und dass wir auf Sicht der kommenden zwei, drei Tage hier runterlaufen können bis 26.000, 25.000. Und dass der Markt dann eine, ja, ich sage mal, Stabilisierungssequenz nach oben erst einmal wieder zeigen sollte. Ja, ich rate allerdings dazu, hier wirklich vorsichtig zu sein, ja, wirklich vorsichtig zu sein, denn, wenn wir jetzt auch noch mal ganz kurz in die Pattern Recognition gehen, ich nehme jetzt hier mal diese Dinge heraus, ja, wir lassen jetzt hier mal diese Sachen stehen, ja, ich nehme hier auch mal gerade diese Linie raus, ja, Wenn wir jetzt noch mal ganz kurz eine Minute Pattern Recognition machen, da muss man jetzt auch kein Hexenmeister sein oder Wahrsager, ja, dann fällt hier eigentlich direkt auf, dass wir hier in einer möglichen Schulterkopf-Schulterformation unterwegs sind. Ja, die ist auch relativ schön ausgebildet, ja, also das ist hier ein sehr, sehr relevanter Trigger-Bereich, so könnt ihr euch das Ganze dann auch entsprechend mal einzeichnen. Das ist zusätzlich hier die Linie einer, also Triggerlinie, potenzielle Triggerlinie einer Schulterkopf-Schulterformation, ja. Also, Bruch, Retest, der muss dann scheitern und dann kann es hier durchaus ein bisschen knackiger runtergehen. Okay, Freunde, also das mal für den Augenblick, wir haben jetzt hier ein sehr kompaktes, aber trotzdem detailreiches Update gefahren für den Bitcoin, wir haben die verschiedenen Haupt-Einzelanalysen drin, ich wünsche euch jetzt weiterhin ein gutes Händchen, ich wünsche euch den richtigen Blick in eurer technischen Analyse, ich hoffe, ich konnte da den ein oder anderen Impuls geben. In der aktuellen Marktlage ist wirklich wichtig, differenziert und mit einem 360-Grad-Blick an den Markt heranzugehen, um auch wirklich so viele Informationen wie möglich auszuwerten. Also, in diesem Sinne, ich wünsche euch jetzt noch einen schönen restlichen Dienstag. Freundliche Grüße hier vom Live-Analyse-Desk bei InvestorGuard.com. Euer Thomas Jansen und bis zum nächsten Mal. Dankeschön.